Das stärkste Bier der Welt. Wie viel Prozent Alkoholgehalt hat das Schottische gebrochen? Boah! Eieiei! Das ist mein Engis Hülschen 3-3. Miriam ist wieder am Zug. Engis Hülschen ist auch dein Thema, oder? Moin Leute! Hi! Wir haben uns etwas Schlaues ausgedacht. In Ermangelung von Events werden wir unsere Langeweile überbrücken. Wie machen wir das? Mit Spiel und Spaß und Wettbewerb natürlich. Auch für Unternehmer muss es sowas ergeben. Was ist der Plan? Was werden wir da umsetzen? Ja, wir haben eine ganze Reihe an Spielen, Wettbewerben. Wir lassen sie Gott sei Dank moderieren. Und müssen das nicht alles selber machen. Und dann schauen wir einfach stellvertretend für Mann und Frau, wer von uns geschickter ist. Wir wollen klären, wer ist besser, Männer oder Frauen? Und natürlich auch so ein bisschen die Frage zu stellen und zu beantworten. Gerade auch in Führungspositionen, in Unternehmen. Ja, macht es nicht Sinn, auch mal Frauen entsprechend das Ruder in die Hand zu geben? Weil es ist ja doch häufig eine Männerdomäne. Und die Frage ist, ist das notwendig? Und wir werden den Beweis antreten. Ja, ich werde einfach immer gewinnen. Wir werden das Gegenteil beweisen. Und deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Spiel. Ja, herzlich willkommen zu Spiel Nr. 1 bei Miriam vs. Reich Episode 1. Wir wollen mal gucken, wer hier den dickeren, längeren oder auch stabileren hat. Genau. Und Spiel Nr. 1 heute ist ein Schätzspiel. Und zwar spielen wir dabei Best of Nine. Also wer zuerst fünf Punkte erreicht, der hat diesen Punkt gewonnen. Insgesamt spielen wir heute ja Best of Three. Also wer zuerst zwei Spiele gewinnt, ist der King des Tages sozusagen. Oder die Königin vielmehr. Genau. King. Sexismus. Okay. Also, wir starten jetzt gleich in die Vollen mit Frage Nr. 1. Ihr schreibt bitte eure Antwort unabhängig voneinander auf den Zettel. Zeigt mir diese. Und wer am dichtesten dran liegt, gewinnt. Also, Frage Nr. 1. Solltest du im kommenden Jahr mal am Strand liegen und dir fällt auf, dass du deine Sonnencreme vergessen hast, dann schmiere dir doch einfach etwas Nutella auf die Haut. Die Nuss-Nougat-Creme hat einen Sonnenschutzfaktor. Wie hoch ist dieser? Ihr dürft mit Kommazahl arbeiten. Okay. So, bitte, zeig mir. Beide haben was aufgeschrieben. 1,5. Miriam schreibt 5,7. Richtig ist 9,7. 1,0. Ja, Miriam. Okay. Frage Nr. 2. Die Griechen singen für gewöhnlich nur die ersten zwei Strophen ihrer Nationalhymne, die aber eigentlich viel länger und die längste Hymne der EU ist. Wie viele Strophen hat sie? Gesucht ist die griechische Nationalhymne Strophen. Strophen. Palisperas. Ich weiß doch nicht wieder. Okay. Denn seid ihr so gut und deckt einmal auf. Miriam schreibt 12. Was schreibt Raik? 20. Damit geht der Punkt an Raik. 1 zu 1. Richtige Antwort ist 158 Strophen. Ich kann auch übertreiben. Wer sonst nichts vorhat. Ich glaube ich habe auch eine Null vergessen. Uso war lecker. Null kann man nicht sehen. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Snakes Venom ist das stärkste Bier der Welt. Wie viel Prozent Alkoholgehalt hat das schottische Gebräu? Also kleiner Tipp. Es ist irgendwas zwischen 1 und 100. Mehr als 100% geht ja nicht. Ja. Raik schreibt 20%, Miriam 43,1. Die Wahrheit ist, wenn ihr eure Ergebnisse zusammenaddiert, sind wir noch zu niedrig. Das Richtige ist 67,5%. Das ist ja schon. Damit noch 2% mehr als der Vorgänger Armageddon, der mit 65% das stärkste Bier der Welt war. So, Frage Nummer 4. Also 2 zu 1 für Miriam. Der Zwischenstand. Wie viele Staatsbürger hat der Vatikan laut Wikipedia Stand 2019? Dieses kleine schnuckelige Ding, wo der Papst wohnt. Wie viele Staatsbürger? Staatsbürger? Mhm. Miriam ist sich sehr sicher. Offenbar lange in der katholischen Kirche rumgehangen. Sie hat Ahnung. Okay. Miriam schreibt 36.000. Raik schreibt 65.000. Die Wahrheit ist 618. Und damit geht der Punkt an Miriam. 3 zu 1. Weil sie dichter dran ist. Okay, die haben die ganze Tunisale mitgerechnet. Verdammter Hacke. 618. Staatsbürger und Einwohner ungefähr 850. Genau. So viel dazu. So, fünfte Frage. Zwischenstand 3 zu 1 für Miriam. Vor kurzem wurde in Namibia ein Bürgerrechtler mit dem sonderbaren Namen Adolf Hitler zum Landrat gewählt. Ein Umstand der AfD-Anhänger sicherlich irritiert. Wie viel Prozent der Stimmen erreichte Unona Adolf Hitler bei dieser Wahl? In Prozent? Ja. Ja. Genau. In Afrika eine Wahl. In Namibia zum Landrat gewählt. Unona Adolf Hitler. So. Der Tipp von Raik lautet. 90 Prozent. Der von Miriam. 66 Prozent. Richtig ist. 84,88 Prozent. Der Punkt mit Anne Raik. Ciao, Miriam. Mit Adolf Hitler. Jetzt sind ich da aus. Ich komme aus dem Osten nicht mehr. Also, Zwischenstand 3 zu 2 für Miriam. Sechste Frage. 1955 trafen die Minneapolis Lakers und die Milwaukee Bucks aufeinander und sorgten für das NBA-Spiel mit den wenigsten Punkten aller Zeiten. Wie viele erzielten beide Teams zusammen? 40 Punkte. 40 und Miriam schreibt? 3. Achso. Ich habe daneben Sex gesehen. Okay. Alles klar. Also Schiedsrichterbestechung wird auch gewählt. Also 40 hatten wir und 3 und das richtige Ergebnis wäre quasi 40 minus 3. Das sind nämlich 37. Yes. Der Punkt geht an Raik. Damit steht es 3 zu 3. Dann war deren Defense einfach nicht gut geniht. Die hatten Sex in der Zeit. Die Lakers gewannen mit 19 zu 18 Punkten. So. Habt ihr schon ein Problemspiel gemacht? Bist du über was ergangen? Siebte Frage. Mit dem Buch Gute Mädchen kommen in den Himmel böse überall hin legte UTRH Deutschlands das erfolgreichstes Sachbuch aller Zeiten hin? Wie lange war dieses auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Charts? 3, 2, 1, go! Miriam schreibt 66 Wochen, Raik 52 Wochen. Punkt geht an Miriam. Richtig ist 107 Wochen. Das war zwischen 1995 und 1997. Wie gesagt, bis heute. Da gab es nur ein Buch. Er hat zwischenzeitlich mal 2 Wochen vom Platz 1 verdrängt, aber dann auf jeden Fall wieder retourniert. Damit steht es 4 zu 3 für Miriam, ihr erster Matchball in diesem Spiel. Frage 8. Das Stand jetzt meist aufgerufenste YouTube-Video weltweit ist der Baby-Shark-Dance. Wie viele Aufrufe sind es bis heute? So viel als unnützes Wissen. 3, 2, 1. 40 Milliarden. 40 Milliarden? Scheiße. Okay, also. Ja, Scheiße ist relativ. Raik schreibt 40 Milliarden, Miriam schreibt 1,2 Milliarden. Die Wahrheit ist 7,37 Milliarden. Daher geht der Punkt an Miriam. 5 zu 3. Sieg. Sieg. Frage 9. Behalte ich also für mich oder für alle, die zuhause miträtseln wollen? Frage 9. Unabhängig von der Größe benötigen alle Säugetiere im Durchschnitt ähnlich lange, um ihre Blase zu entleeren. Wie lange? Okay, schreibt eure Antwort bitte in die Kommentare und dann lösen wir sehr gerne auf. Also, Miriam schreibt 20 Sekunden, Raik 30 und zwar sind es 21 Sekunden. Wissenschaftler sprechen hierbei auch vom Gesetz des Urinierens. Vielen Dank für euer Interesse. Ab jetzt, erster Punkt geht an Miriam. Ab jetzt verlassen wir den Tisch und werden ein bisschen sportiver bei dem Spiel Office Basketball. Spiel Nummer 2 heute. Miriam führt 1 zu 0. Bleibt dran, wir bauen kurz um. Ich hol die Irre zurück. Ich hol die Irre zurück. Ich hol die Irre zurück. Irre. So, der Zwischenstand ist also 1 zu 0 für Miriam. Wir kommen zum zweiten Spiel. Ganz wichtig auch für den Bürobetrieb. Wir spielen jetzt Office Basketball, also sprich von dieser Freiwurfdecke aus in den Mülleimer, bitte. Wir werfen nacheinander 5 Würfe, der mit den meisten Treffern gewinnt natürlich. Wenn es nach 5 Würfen Gleichstand ist, dann spielen wir so lange Wurf und Wurf, bis einer auf der Strecke bleibt. Miriam legt vor, Wurf Nummer 1. Läuft die Kamera schon? Mhm. Gut. Sie geht auch in diese Handballer-Pose, hat das eine Bein vor und probiert noch den idealen Winkel zu finden. Jetzt das Ding. 1 zu 0. Genau. Das ganz Aufwändige bei dem Office Basketball ist, man faltet sein Spielgerät nochmal neu, dadurch ist man natürlich die Dichte. Und Raik macht einen langen Arm, guckt konzentriert, baust auf deine Hände. Genau. Du hast still in der Leben geworfen. Sie fliegt raus. Sie fliegt raus. Bounced on the rim. Oh. 1 zu 0 für Miriam, die jetzt gleich den Druck auf Raik weiter erhöhen kann. Dadurch gar nichts. Zum zweiten Wurf ansetzt. Man muss natürlich auch sagen, Miriam ihres Zeichens bei den Ölixdorfer Schützen, bei Münsterdorfer SV auf links außen beim Handball gespielt, war natürlich ganz bekannt für ihren Heber von links außen, wo quasi Flair auf den Ball war. Es steht 2 zu 0 für Miriam, die damit quasi… Es gibt ein Mitleids-Roping. Kann sich auch ein bisschen Ausstatt zeigen. Jetzt natürlich mit dem dritten Treffer eine richtig entscheidende Vorentscheidung setzen kann. Sie geht in die Knie und verpasst das Ziel auf. Es bleibt bei 2 zu 0. Wichtig. So. Jetzt muss Raik die Form vergangener Tage finden. Hatschi! Das ist Beeinflussung. Ich musste niesen. Er hat die Ruhe weg. Easy. 1 zu 2. Damit ist das Spiel wieder offen. Dann fixiert. Sie sucht sich halt irgendein Mal. Oh! Jetzt ist er auf mich als Eimer gezielt. Es bleibt beim 2 zu 1. Raik hat jetzt die Chance auszugleichen und das Spiel damit spannend zu machen. Da wollte er sich erschießen. 2 zu 1. Letzter Wurf für Miriam. Miriam hat damit die Möglichkeit, mit einem Treffer auch Spiel 2 für sich zu entscheiden. Kein Schuss. Raik müsste jetzt quasi irgendwas machen, um sie abzulenken. Oder vielleicht auch gar nichts sagen. Das lenkt sich am meisten ab. Fixiert. Auf die Kante. Und rausgesprungen. Wer kennt es nicht bei großen Basketballspielen. Jetzt steht es 2 zu 1. Letzter Wurf. Raik kann das Ding damit in die Verlängerung schicken. Und er macht es. Er macht es kalt wie eine Hundeschnauze. So ist er. 2 zu 2. Damit geht es jetzt immer ein um ein weiter, bis jemand versagt. Das wird jetzt auch passieren. Miriam dringt das Ding rein. Damit setzt sie Raik wieder unter Druck. Aber er ist ja Druck gewohnt seit gerade eben. Da hat er ja auch nicht bei dem Druck zu treffen, damit das Spiel weiter geht. Ich will dich nur anfeuern. Feuere draußen. Du zitterst ja, Maik. Und er trifft. Eieieiei. Das ist mein Engis Höschen. 3 zu 3. Miriam ist wieder am Zug. Engis Höschen ist auch dein Thema, oder? Ja, dein Thema. Okay. Sexistischer Smalltalk. Los geht's. Da streckt sie die Zunge raus, wie der legendäre Michael Jordan. Aber sie hat's Licht hingekriegt, in der Crunch reinzutreffen. Raik probiert es ihr nachzumachen. Und wenn er jetzt trifft, hat er dieses Spiel gewonnen und sendet den Wettkampf in die entscheidende Partie. Aber nein! Der Druck ist zu groß. Er schießt völliges Ziel mit aus. Junge, Junge, Junge. Außer Männerproblem. Ja. Feiser. So. Jetzt sind wir gerade in einem Stadion angekommen. Das erinnert mich sehr an die Minneapolis-Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Anruf 55. Es bleibt weiter in meinem Unentschieden. Nicht pusten. Oh, das gibt's nicht. Deniert. Mit dem er einfach trifft. Ruhe bewahrt. Zu kurz. Der Ball auf Raikseite. Aber er hatte die Frage. Schon wieder! Miriam legt vor und verfehlt auch hier. On the rim. In and out. Zu kurz. Entscheidende Korrekturen am Wurf. Malung der Hame trifft der Spielentschieden. 1 zu 1 in der Gesamtwertung. Und das dritte Spiel muss entscheiden, zu dem wir uns gleich wieder am Tisch treffen. So, da stehen wir schon wieder am Tisch und sind bei Spiel Nummer 3 für heute. Zwischenstand 1 zu 1. Ein Spiel hat Miriam gewonnen. Dann gerade eben beim Office-Basketball hat Raik in einem nervenaufreibenden Schneckenrennen das Ding für sich entschieden, sodass es jetzt 1 zu 1 steht. Und jetzt spielen wir ein ganz tolles Spiel, was quasi powered bei der Suchmaschine unseres Vertrauens ist. Wir spielen Low Google. Und zwar ist das Motto des Spiels ist, wir müssen ein Wort finden. Also ich gebe euch einen Bestandteil eines Wortes vor und ihr müsst da entweder etwas davor hängen oder dahinter, sodass sich daraus ein neues Wort ergibt. Und das Wort, was dann entsteht, was weniger Google Treffer hat, gewinnt. Es muss aber mindestens einen haben. Um mal ein Beispiel zu geben, wenn ich euch jetzt das Wort Bier vorgebe. Und ein Kandidat von euch schreibt jetzt zum Beispiel Bierhoden. Das erste ist, was uns in den Sinn kommen würde. Was einem natürlich spontan einfällt. Dann hat Bierhoden doch überraschende 16.800 Ergebnisse bei Google. Wenn man aber zum Beispiel auf den Gedanken kommt, okay, vielleicht ist eine Bierechse relativ gut, dann kommt man auf 127 Ergebnisse und würde sich mit dem Wort Bierechse dann den entscheidenden Punkt sichern. Also wir spielen das ganze Best-of-Five. Also wer dreimal das bessere Low-Score-Ergebnis hat, gewinnt dieses Spiel und damit die heutige Competition von Miriam vs. Reich. Wort Nummer eins, an das ihr bitte etwas ranhängt oder vor, dass ihr etwas schraubt, ist das Wort Sessel. Eine Ewigkeit später. So, du hast schon was aufgeschrieben? Ja. Miriam auch, okay. Miriams Vorschlag ist Sessel-Gehirn-Furz. Das könnte relativ speziell sein. Wir gucken mal. Sessel-Gehirn-Furz ergibt leider nur was bei der Anzeige. Es gibt keine Treffer. Kein Ergebnis. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob reigt da ein Ergebnis auf das Sessel-Rutsche. Mit dem Wort Sessel-Rutsche. Das scheint mir relativ realistisch zu sein, dass es da ein Ergebnis gibt. Und zwar gibt es 89. Also ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Wort von Reich. Die viel zitierte Sessel-Rutsche. Was assoziierst du mit einer Sessel-Rutsche? Einen sehr lustigen Ausflug mit der Familie. Ja. Okay. Also nächsten Dienstag alle ab in die Sessel-Rutsche. Es gibt ja auch die Bier-Rutsche, da gibt es auch die Sessel-Rutsche, ne? So, wenn man mit den Älteren unterwegs ist. Gut. 1 zu 0 für Reich. Okay. So, jetzt kommen wir zum zweiten Wort. Computer. Irgendwann später. So, fangen wir diesmal mit Reich an. Der Computer-Tannenbaum. Glaube ich, dass es den möglicherweise relativ häufig gibt. Aber wir werden mal schauen. Krass! Gibt's gar nicht. Einmal. Einmal? Was? Der Computer-Tannenbaum. Oh no! Das ist quasi, ja, kurz vor. Nein, meintest, gibt's sehr oft. Wir schauen mal, was Miriam mit ihrem Computerstudiengang hinbekommt. Sechs Ergebnisse. Punkt an Reich. 2 zu 0 für Reich. Das war aber eine wahnsinnig qualitativ hochwertige Runde hier. Yes, baby. Entscheidung! Okay, also. 2 zu 0 für Reich. Man braucht drei Punkte, um damit dieses Spiel zu gewinnen und die gesamte Competition für heute. Miriam steht also mit dem Rücken zur Wand. Es könnte aber eines der größten Comebacks in der Sport History werden. Und das wird eingeläutet möglicherweise durch das Wort Sex. Sechs Stunden später. Ba-dang! So. Miriam hat das bekannte, ja, wie soll ich sagen, das bekannte Wort Sexismus-Mensch. Ich wollte erst Sexismus-Reig nehmen. Dafür muss ich auch erst noch eine Website machen. Auch das Wort Sexismus-Mensch ist noch nicht auf Googles Landkarte präsent. Das gibt's doch nicht. Ich führe Fälle das Sex-Tourismus-Visum. Ach, das gibt's bestimmt. Sechs-Tourismus-Visum. Ich frage es, in welchen Regionen der Welt man das beantragen muss. Das wollen wir doch mal gucken, ob es ein Sex-Tourismus-Visum gibt und wenn ja. Nein! Das gibt es nicht. Zero, zero. Damit ist die Entscheidung weiterhin vertagt. 2 Stunden später. So, Adventskrieger. Wir fangen mal mit Raik an, der in dieser Zeit ganz viele Adventskrieger sieht. Wahnsinn! Es gibt nur zwei Resultate für Adventskrieger. Da würde ich sagen, hat er schon eine halbe Hand am Pott. Wollen wir doch mal gucken, mit was Miriam hier aufwartet. Scheuer. Sie schickt die Adventskrieger in Adventskirchen. Da merkt man gleich, wofür. Ich bin halt das gute Mädchen. Davon gibt's ein paar mehr. Es gibt 90 Adventskirchen und Videos. Damit ist das letzte Spiel mit 3 zu 0 an Raik gegangen. Also, bon, schon, es war nicht schlecht. Fast gut gemacht. Fair game. Vielen Dank. Vielen Dank, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schalt nach Wiederholung. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, was glaubt ihr, wer ist besser, Männer oder Frauen? Den Erstbeweis haben wir angetreten. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes für Challenges machen sollen, wo ihr denkt, dass Frauen besser sind. Easy, in allem. Bis zum nächsten Mal.